Hey und jetzt kommen wir zur fünften Folge von Fight3. Heute werden wir wahrscheinlich für Farmern und das war's eigentlich. Ja einfach versuchen wieder Dears zu finden, weil die anderen Teams haben schon teilweise Halb-Dear-Equipment in der dritten Folge gehabt und da müssen wir jetzt mithalten können. Und da fahren wir noch bei Dios. Ja. Ich würde sagen, geh mal drauf. So ist es ja. Ich hab's ein bisschen für Millisekunden, aber sucht gern. Ah ja genau. Bei Minenschaft war ich grad. Stimmt. Man kann ja gar nichts essen. Okay. Ah jetzt. Also bis dahin nehme ich irgendwo. Ja. Ja jetzt nicht mehr. Creeper. Warst du auf welcher Höhe wie du sind? Ich glaube auch noch nicht die Höhe oder? Nee. Hä? Ich hieß da irgendwie. Ich bin relativ hoch gewesen. Bin ich grad Eis? Ich hab den Spawnern, den richtigen Spawnern, äh Zombies. Ich hab den Spawnern. Okay. Zurich kommen oder? Hm. Passt schon. Ja. Da schau ich nach um mir, aber ich glaube ich geh einfach auf. Oh, Zombie mit äh Goldrüstung spawn. Okay. Soll ich den Spawn einmal einbauen, dann können wir an dem Level farmen? Ja. Ja, kannst du schon machen. Hey, die ist sogar dir höher, die Höhle. Hast du nachgeschaut? Ja. Ich glaube ich komm nochmal zu dir. Oder soll ich den Spawner direkt abbauen? Ich weiß noch. Oh ey, das ist schwer. Ich bin gerade Gift-Spinnen-Fight wieder. Ja, ich baue eine Apo, oder? Ja, kannst du auch machen, wenn du willst. Oh fuck, ich geh da mal lieber. Ey, ich sag's dir, wie es ist. Ich stirb fast wegen dem scheiß Gift. Ja, passt auf, die sind voll echt gefährlich. Ich hab noch eineinhalb Herzen, Alter. Was? Passt echt auf. Ich hab bei irgendeinem anderen Team gesehen, die sind auch in der Cave gewesen. Ja? Ähm, in der Mine. Die haben sich direkt eingebaut, und der eine war auch offen, im halben Leben. Boah ey, da. Aber ganz durch Vergiftung stirbt man auch viel schwer schon? Nee, man stirbt nicht durch Vergiftung, aber bis halbes Herz. Okay. Ach, da hast du zugebaut, ich seh's. Ja. Ich baue dann auch die Spinnenwebe ab, oh Gott. Ich höre ja richtig viele Spinner. Gebe schon 40 Spinnenwebe, bist du dabei. Ach so, ja, dann fahre mich erstmal keiner mehr. Jetzt aber nicht sterben. Können ja. Oh Gott, ich werde weg. Nicht sterben. Ja, ich hab mich zugebaut. Okay, gut. Ist das höher 11? Ah, jetzt höher bei mir noch. Jetzt ist höher 11. Oh, warte. Da könnte irgendetwas Zombie kommen, oder? Nein, Gott sei nicht. Ich baue hier. Ich schaue mal kurz, und dann baue ich wieder zu. Hey, scheiß Gravel. Flint brauchen wir auch später, aber... Ich geh mal die Höhlen für Dias nicht durch. Dias! Echt? Geil? Ich glaube 8 Stück. 8 Dias! Ja, richtig fein. Ja geil. Ich bin einfach in der Mine hier entlanglaufen. Richtig fein, ja. Oha. Du kannst gerne die Mine auch noch weit entlanglaufen, aber ich geh mal strippen rein, ich weiß nicht warum. Schon wieder 3 Minuten rum, das glaubst du ja nicht. Ja, Gott schweint. Also das ist unglaublich, wie schnell die Zeit da vergeht. Hm. Ich geh jetzt wieder in deine Richtung, lauf noch mal ein bisschen rum. Ich muss dann auch wieder Optifine umstellen. Achso, nein, das habe ich schon gemacht, letztens. Denkst du, ich kann das jetzt einfach machen? Ja, habe ich auch gemacht. Weil mir stört es schon sehr. Und ist dir aufgefallen, dass es richtig hell ist? Ja, es ist richtig hell, ja. Wir haben die Lightmap, meine Karte, ja. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Regelung, dass wir eine Lightmap verwenden dürfen, für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist quasi, das tut man über das Texture Pack drüber. Ja. Und dann ist es, also ganz normal hell, wie oben, wenn man nicht in der Höhle ist. Und massiv eben alles, ohne Fackeln zu nutzen. Ja. Ja, da wurde jetzt eben abgestimmt. Ist schon sehr praktisch, finde ich. Boah, bei mir ist es nochmal eine richtig coole Höhle, auf Höhe 11 auch. Okay, ja. Aber, das schaue ich nochmal kurz durch, hier ist richtig viel, auf Höhe 11. Das ist cool, ja. Kannst du durchschauen? Ja. Haha, geil. Wenigstens alle. LOL. Und ich wollte noch sagen, ich scher mir die scheiss Höhle nicht durchschauen. Ja, 4 Stück. Okay. Also 10 Dias, hat sich schon rentiert. Mhm. Hey, oben hier ist noch ein Spawner. Wie auch ist das? Ich auch eine. Spinnenspawner anscheinend. Okay. Okay, geh mal was essen. Und ich kenn's eigentlich nicht. Hehehe. Hehehe. Hey, wie kann man so nicht feiern, okay? Dann ja nicht. Ja, das Gute ist halt, dass man uns nicht so einfach jetzt finden kann. Weil wir halt einfach in einer Cave sind. Ja. Dias. Muss los. LOL. Okay. Hey, da wär Ganta da drinnen. Also haben wir hier aus Versehen das X-Ray-Pack reingepackt. Ja. X-Ray-Pack. Aber die liegen halt alle offen. Und es waren... Ja, wieder... 4, glaub ich. Ja, 4 Stück. Also 14 Dias gefunden. Geil. Dann geh doch lieber wieder in die Höhlen ab, anscheinend ist es doch safe. Noch mal DIA. Nimm DIA in den Minecart. Ey, sag zum Schluss aber nicht. Ich hab 21 DIAs dabei. Was? Muss los. Sag zum Schluss aber nicht, du hast die Folge verloren und zum Schluss hast du X-Fail drinnen gehabt. Nein, nein, hab ich echt nicht. Nein, nein, hast du ja nicht da. Und ich schau nochmal. Aber ich hab vorhin geschaut, da die Aufnahme ist gelaufen. Ja. Oh Gott. Nice. Also ich mach mir mal Brustpanzer und Hose. Ja. Geil. So, dann hab ich noch 6 Diamanten übrig. Fein. Ihr 5 zur Zeit. Richtig krass. Hm. Dann mach ich dir auch noch eine Hose, wenn die DIAs... Ja, die reichen ja, wenn du auch noch welche hast. Ja, fix. Okay, sehr gut. Ich hab da riesige, einen riesigen Lavasee angefunden, aber keine DIAs. Also ich riech doch schon wieder die DIAs. Sorry, kommts noch. Doch, DIAs! Ja! Geil. Nochmal doppelt! Alter, ich glaub wir weg. X-Renny dann. Hä? Was ist das? Geil. 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 Es ist wichtig, dass wir jetzt endlich mal ein besseres Schwert machen. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Geil. Keiner. Alter, das sind vier Enderman. Da geh nicht hin. Ich sag's, du bist süß. Obwohl Enderperne... Ja, aber Enderperne sind auch OP. Die sind richtig OP. Das stimmt. Ähm. Ja, bauen über die Decke. Also das nur zwei hoch ist, weil die können da drunter nicht. Also die sind drei. Wasser mengs ja nicht, oder? Ja, aber platziert einfach über die Blöcke. Und das ganze bisschen länger. Also dass du dich ein bisschen davon wegstellst, quasi. Hm. Und ja. Ich hoffe, da kann man jetzt keiner mehr schlagen zu schnell. Boah, hier ist eine richtig große Höhe. Ich glaub, Höhe 11. Boah, der macht der Anschlag schon wieder. Oh, Enderperne. Nice. Boah. Ah, mit so viel fucking Items. Das ist grauslich bei mir. Boah, ich muss echt mal Enchanten. Das sind alles verschwendete Level, wo ich dabei hab. Wo ich jetzt war. Ich bin Level 31. Ich bin Level 26. Das ist echt verschwendet. Boah. Hey, ich kenne den Enchanten eigentlich alles. Es ist eh random, oder? Ja. Okay, dann mach ich das gleich einmal. Aber bei den... bei der Tierrüstung wollten wir die Enchanten. Oder mit Büchern machen. Ja, das ist schwer zu sagen jetzt, ja. Ja, eigentlich bei mir ist es auch noch ein Enderman. Eben, Anz. Man muss ein bisschen durchgreifen, da. Ja. Was hast du gemacht? Okay, Anz ist mein Helm ist Deal Protection. Und mein anderes ist Prott Anz. Okay. Aber ja. Warte... Aber mein Brustpanzer, dann tue ich glaube ich lieber mit Buch, oder? Ähm... Weiß nicht. Oder nicht? Ich glaube, ich verzauber meine komplette Lust auf dieses Dings. Also mit dem Enchanten. Okay. Oh, mein Spielzeug ist hin. Hey, das war richtig produktiv, bis jetzt so. Ja. Ja. Ja, in den anderen Folgen wurden wir immer gejagt. Mussten immer wegrennen. Stimmt, ja. Ähm, ihr könnt entweder Saufürmer braten, aber das scherzt nicht. Oh Gott. Ich lauf so um die Ecke, auf einmal steht da ein Creeper und Hexe. Fuck, die hat mich vergiftet. Wenn der Creeper mich jetzt hochstrengt, bin ich tot. Jetzt steht... Ja. Ach du Schatz. Ich baue mich an. Ja, einfach... Die hat mir einen Schaden und einen Unvergiftungstall reingehauen. No, what the fuck? Das ist... Vier Leben. Ja, Basti, oder? Ja. Braucht einmal ein bisschen Schatz zu... Boah, wir können uns vielleicht irgendwie Stärke Vierbogen oder sowas machen, naja. Boah, Projektil Protection kriegt auf meiner Brust. Diamanten. Mindestens vier. Okay, richtig war. Ach, die ist? Nein. Ach so, lolle richtig viele, ich bin voll dir. Okay, ich hab nur noch drei Dears. Also, ich bin da. Ich hab sieben, du brauchst ja Boots, ne? Ja, das heißt, brauche ich ein paar... Ja, dann sind wir voll Dears. Brauchen wir noch mehr Dears für Schwert oder wie machen wir das? Ja, wir können, wenn wir jetzt noch welche finden, können wir einen Dears Schwert machen. Weil das macht einfach ein Damage mehr. Ja. Also, das heißt, wenn einer ein Eisenschwert hat mit Schabnis 3 und ein Dears Schwert mit Schabnis 2 ist fast genau so gut. Nur 0,25 schlechte. Hm. Mach der nicht voll aus, ne? Aus, dass es für dir aus kostet. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt eh schon... Oh, schon wieder eine Echse. Man, ich will nicht vergiftet machen. Okay, hab's geschafft. Aber ich hab echt keine Ahnung wo du jetzt bist. Ah, ihr ne da. Oh, shit. Ich bin halt komplett irgendwo hingelaufen. Boah, bei mir ist auch alles so durcheinander. Ja. Ja. Es geht halt immer noch weiter. Überall. Bei mir ist das eine riesige Höhle. Schon wieder zwei Creeper? Ja, aber wie gesagt, wir suchen auf jeden Fall beide noch einen Dearspot. Oder so? Ja. 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 Ja, nochmal zwei Dearspots. Haha. Werden wir finden in der Folge. Ey. Ey, verdient. Ich muss jetzt mal zurück. Ich suche jetzt mal Laphir. Ja, hab' gerade geschaut, ob der Name ein Sieg. Aber nein. Oh Gott, ein Skelett. Ich mach' einfach gar kein Damage mehr. Wow. Das ist ein gutes Amatz. Wie viel ist das cool? Wie viel hast du? Ähm, es ist 38 und es wird Gott mehr. Boah, ich hab' 33. Das sind vier Goldöpfel. Geht schon mal. E-Bag-Seng? Wow. Ähm, dass Äpfel auf Bäumen wachsen. Ja. Die kannst du einfach mit, ich glaub' ne Axt. Können wir die richtig schnell abbauen. Okay, ja. Ich hoffe, das finden wir irgendwann. Ist ja richtig gut. Ich glaube, ich lauf' gerade zurück. Weißt du noch? Wo hast'n du dich eingebaut? Reingebaut. Dias. Ja, also. Also. Aber, zwei. Das sieht nach zwei aus. Also, wo die Spinnen waren, wo ich vergiftet worden bin. Da hab' ich mich ein bisschen weggebaut. Strip-Mine. Ja, hier. Ungefähr bin ich. Aber ich weiß, ja. Kannst du da noch mal zurückkommen, ungefähr? Boah, ne. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wo's ist, glaub' ich. Ja. Siehst du mein Name nicht? Sonst kann ich dir kurz sagen. Warte. Naja, ich seh' deinen Namen nicht. Warte. Ich versuch' da mal hinzufinden. Wär' halt schon wichtig, dass wir uns noch mal treffen. Ja. Ja. Wenn ich da jetzt die ganze Zeit dich suche, ist halt auch bis jetzt. Warte, ich bin irgendwo da. Oh ja. Sagst du's einfach. Aber wenn du's sagst, ist auch blöd, dann kann ich's nicht auswählen. Oh, hier hat sich jemand lang gebaut. Ich glaubte, die hat das was du. Ja, sonst kannst du ja schlecht dc oder so machen. Slash sc, dann kurz. Also. Hey. Oh, dios. Ja, ich hab' dein Geil. Ich hab' dein Geil. Ich hab' dir noch mal. Hä? Richtig geil. Der Gang ist so verwandt. War egal. Ich hab' immer verwirrend. Ich hab' fünf Geil. Oh, warte. Ich hab' sieben. Boah, in deinem Gang kenn' ich mich gar nicht aus. Ich ja nicht, weil's das wissen willst. Oh, das hat noch einmal Spinner-Spawner. Oh ey, der Schwede. Wie viele Dungeons wir anfinden, das ist abnormal. Hä? Wie baust du dich? Random. Instinkte. Kein Wunder, dass du dich die ganze Zeit im Kreis, also dass du die ganze Zeit im Kreis holst. Hä? 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 Also, ich find' dich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich sag' dir was. Wir können hier noch snipen. Haha. Das musste man doch gern. Ähm. Zehn Sekunden schon. Was? Wir waren gekickt. Achtung. Jupp. Okay. Hast du gehört? Ja, sehr. Ich seh' den Namen, glaub' ich. Na. Ja. Ja. Oha. Oha. Heftig. Richtig heftig, ja. Also, Full Tier. Ja. Wie heftig, Mann. In der fünften Folge. Achtung. Ja, Leute. In der Folge waren wir übelst produktiv. Wir haben einfach jetzt eigentlich beide Full Tier. Er hat noch drei Viertel. Aber ich glaub', du hast jetzt nochmal am Schluss Tieres gefunden und hast auch Full Tier dadurch. Jupp. Ja. Ja. Und ich hab' auch nochmal, ich glaub' fünf Diamanten übrig. Also, wir können nochmal Tier-Schwerter machen. Und dadurch, ja, können wir übelst gut uns equippen. Und dann endlich mal fighten. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Servus.